Die Frankfurter Stadtmeisterschaft, die nicht so ganz das hielt, was sie vorher versprochen hatte. Nach den klaren 4 zu 0 und 6 zu 1 Siegen der Eintracht gegen den FSV in der vergangenen Zweitligasaison diesmal nur ein 0 zu 0. Aber es war schließlich auch nur ein Freundschaftsspiel. Da durften Patrick Land auf Bornheimer Seite und mal wieder der ewige Ocker Nikoloff auf Riederwälder Seite schon mal ruhig eine weiße Weste behalten. Spaß hatten die beiden Ur-Frankfurter jedenfalls in der Länderspielpause. Ja, die Spielpraxis ist wichtig, weil wir gegen guten Gegner vor allem. Und FSV ist eine gute Mannschaft und es war ein guter Test. War auch ein schönes Spiel, glaube ich, obwohl 0-0, aber wir haben viele Torchancen da, aber ist doch schön. Ich kenne Ocker schon jetzt ein bisschen länger und was er hier im Weiteralltag geleistet hat, ist schon so enorm. Und klar, man schaut sich immer so ein bisschen was ab, wenn er spielt. Aber jetzt, so wie ich jetzt hier eine Legende werden will, also klar, ich habe jetzt nochmal drei Jahre hier. Ich freue mich und wenn es noch länger wird, freue ich mich auch. Im Derby ging es dann eher darum, die eine oder andere Alternative zu testen. Bei der Eintracht etwa durfte Stefano Zelozzi ordentlich Sebastian Jung vertreten. Der bisherige Joker, Martin Lahnig, kam mal von Anfang an zum Zug. Auch Heiko Butscher stand nach seinem Pokalaussetzer erstmals wieder in der Startelf. Im zweiten Durchgang durfte sich der 17-jährige Marc-Oliver Kempf versuchen. Ebenso Erwin Hoffer, von dem aber kaum Torgefahr ausging. Auf die nächsten Bundesliga-Herausforderungen blickt Armin Fee aber ohnehin noch nicht. Er war dieses Wochenende Trauzeuge. Wohl Herausforderung genug für den Trainer Kautz. Ich bin jetzt das vierte Mal Trauzeuge und die drei, die ich vorher geheiratet habe, sind alle schon immer zusammen. Also ich hoffe, dass die nächste Ehe, und dann muss ich mich auch messen lassen, dass die auch hält. Aber ich bin felsenfest überzeugt, dass die hält. Jetzt sehen Sie meine Probleme, dann kommen Sie mit Hamburg daher. Auch beim FSV lehnt man sich derzeit als Tabellendritter der zweiten Bundesliga zurück. Anstelle des verletzten Kapitäns Björn Schlicke wechselte Manuel Konrad vom defensiven Mittelfeld in die Innenverteidigung. Für ihn wiederum kam Marc Heidmeier. Auch Gletson stand nach seiner Meniskusverletzung auf dem Platz. Außerdem bei den Bornheimern mit dabei, der deutsch-nigerianische Neuzugang Moses Lamidi. Am Bornheimer Hang hätte man aber auch nichts dagegen, wenn die Saison angesichts des momentanen Relegationsplatzes schon jetzt vorbei wäre. Da würde ich sagen, Weltklasse, ist ja ganz klar. Wir wissen alle, was wir vor der Saison als Ziel ausgegeben haben. Und es ist nach wie vor unser Ziel, denke ich, gleich am Anfang so viele Punkte wie möglich zu holen. Und dass es gleich so gut läuft, hätte keiner gedacht. Aber ich denke, keiner wird sich beschweren, wenn es so weitergeht. Für den FSV geht es am Freitag in Cottbus weiter. Für die Eintracht am Sonntag zu Hause gegen den Hamburger SV.